Meine Herren, ich bitte Sie nur darum, Sie zu sagen zu der Welt des echten italienischen Leders. Fühlen Sie mal. Fühlen Sie, wie sich die Erde unter Ihrer Haut bewegt? Diese Schuhe hat Richard Gere in American Gigolo getragen. Was ich noch hab, sind die Größen 40 und 41. Ich hab 46. Das macht nichts, denn italienisches Leder formt sich wie Gips um den Fuß, wie Schaum. Diese Schuhe tragen sich, als wären sie an Ihrem Fuß geboren. Außerdem hätte ich noch Holzschuhe. Ich melde mich später nochmal. Hey, ihr seid der Pfahl im Fleisch der freien Marktwirtschaft. Wie sie an deiner Marktwirtschaft ist nichts, abgesehen von dem kleinen Gefallen, den du uns freiwillig tust. Hey Mann, ihr gebt mir nie eine Chance, neues Leben anzufangen. Ich weiß, was ihr wollt. Er ist Hellseher.